Dass sie gewonnen hat, wusste Clara Friedrich natürlich schon, als sie sich am Donnerstagabend mit Familie und Freunden am Ginsterweg in Strickermoor vor den Fernseher gesetzt hat, um ihre Folge der VOX-Sendung Das perfekte Dinner anzusehen. Trotzdem war die 30-Jährige aufgeregt. Vor der Sendung wurde dann erstmal angestoßen Prosecco mit einer Hibiskusblüte, der gleiche Aperitif, den sie auch in der Sendung gereicht hatte. Mit ihrem Motto Das Leben ist ein Ponyhof und mit ihrem Menü hat Clara Friedrich ihre Mitkandidaten aus Oldenburg und Ganderke sie überzeugt. Für die 1.500 Euro Preisgeld haben Clara und Sascha schon die perfekte Verwendung. Die Siegprämie soll in den Bau eines Kinderzimmers investiert werden.